Ich hier kann schon mal kurz zeigen, ne? Das fotografiere ich jetzt, ne? So, okay. Das werde ich jetzt fotografieren und dann zeige ich euch, was dabei rauskommt, ne? Achtung! So, ich mache jetzt ein Bild, ne? So, jetzt zeige ich euch das hier mal. So, dann kommt bei mir sowas raus, ne? So. Das ist doch toll, oder? Das ist wunderbar, ja. So, und das ist eigentlich das Endste, was ihr wissen müsst.